Ein paar kleinen Informationen zu dem Splatoon-Tonier, ähm, dazu ein paar Informationen zu dem Splatoon-Tonier, dieses wird diesen Freitag startfinden, das ist der 14. wenn es uns alles toll ist, bevor das Splatoon-Tonier am Wochenende startet, und dieses Tonier wird, ähm, 1 vs. 1 sein, solange wir irgendwie einen Gewinner haben, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr einfach als beim Destructor einschreiben, weil der organisiert das Ganze, wohlt es auch anreiten, wenn ihr da mitmachen wollt, es gibt auch wie immer Preise, es wird ein richtig fettes Turnier hier, und ich glaube, es wird ein nettes Abschluss von der E3. Also alle weiteren Informationen, auch wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Destructor, der erklärt das dann alles auch mit den Teams-Anteilungen und so weiter, wie das alles läuft, einfach an Destructor wenden, der kümmert sich darum, ich soll jetzt nur ankündigen, und dieses Turnier findet eben jetzt an diesem Freitag, den 14.06. und das war dumm, auf my youtube channel gamma code start, und mich freuen, wenn ihr saalreiches dran teilnehmt.